Mastur Bifanti. Wer ist denn Mastur Bifant? Ja, das bin ich. Guck dir das Bild an von dem Fall. Hat der erst selbst gemalt oder was? Sieht so aus, gell. Oh nein. Das könnten Elefanten echt machen. Das könnte ich mal machen. Entschuldigung, ich habe letztens noch einen neuen Gay-Porn-Seiten gesucht für unser Team-Speed-Banner. Und da habe ich einen gefunden. Da war ein Mann, der hat sich angeblasen. Und zwar direkt als erstes vorgeschlagenes Video. Das will ich sehen. Warte mal, was ihr nehmt als euer Banner Gay-Porn-Seiten? Na, klick mal oben auf OD statt Jesus. Klick mal da drauf. Vielleicht macht damit so Leute, wenn sie draufklicken, ein Schockes Leben bekommen oder so. Wir raschen jetzt Cockpits. So, Bums, aus wie in guten alten Zeiten. Ich bin spottet. Ich bin spottet. 2, also C4. Das Beef, ich hör's doch. Ich ruf an, plane die einfach. Fuck, plant. Do it. Oh, er ist so. Nice, quick round. Ach, das tut gut. Dass der Cockpit rasch noch funktioniert. Vielleicht wieder seine Schotker weggeworfen hat, Lübby.